Das hast du super gemacht. Ich bin stolz auf dich. Natürlich. Natürlich. Der letzte Gang, das war's. Sonntag... Nachmittag? Nee, eher Abend. Es ist finster in der Nacht, wie ihr seht. Das war die Animagic 2009. Ich würde sie gerne ausziehen, aber wenn ich sie ausziehen, dann würde ich sie halt von draußen. Dann würde ich sie ausziehen. Lalalala. Ja. Guck, guck, guck. Guck mal, guck. Boah, scheiße. Wie super. Guck, guck. Warte, guck. Warte, guck. Warte, guck. Guck, guck. Guck, guck. Mann. Ich würde ich draufkommen. Na. Die Mutter ist in einem Schlimmkopf. Okay, hopp, hopp! Oh nein! Wow! Yeah! Ja, okay! Ja, okay! Aber wir müssen gerade hier los unterwegs! Oh! Okay! Schönen Wochenende noch! Tschau! Ja, okay! Ey, ey, ey! Ui, so richtig! Ja, okay! Jetzt fangen wir auf. Ja, okay! Ja, okay! Ja, okay! Ja, okay! Ja, und wir haben uns hier, dass da mal ein paar Jahre kam. Ja, und wir haben uns hier. Wir haben die extra da gelassen, damit die dann auch wissen können, weil die kein Ticket hatten. Und ja, die da liegen, haben sie voll gewünscht, mit dem Regen, glitterweiten Wasser.